Ich weiß nicht noch einen Umweg. Du willst jetzt nicht hier durch die Braustelle fahren. Schatz, da war ein Schild fehlende Fahrbahnmarkierung. Sala, bist du des Wahnsinns? Was machst du schon hier? Ja, ich wollte dich überraschen. Das hat funktioniert. Wovor wir uns verpassen, ist ja noch ein bisschen Zeit haben zu sein. Die Idee finde ich jetzt gut. Ich komme genau richtig. Ja, gut, dass du schon da bist. Du müsstest gleich meine RTW 2 überführen mit Pascal. Der steht beim Bekannten in der Werkstatt. Und der muss hier wieder hin. Pascal? Ja? Komm mal bitte, hopp, hopp. Ja? Wie lange dauert das denn? Ja, wir können los. Pascal ist so nett, der fährt mit seinem Privatwagen. Ja? Mhm. Ja. Oder weißt du mal auf? Hör mal, die Nacht war so ruhig. Hab so durchgeschlafen immer. Ein Transpörtchen hatten wir noch gehabt. Dann fahr ich mit, Jule. Und dann hast du noch einen Backup-Reserve-Kollegen auf der Wache. Sehr vorbildlich mitgedacht, Herr Walter. Ja? Ist das gut? Machen wir so. Ich würde natürlich nur dein Fahrzeug kurz ausbauen, wenn das okay ist. Sitze bleiben sauber, Kollege. Ist das sowieso dreckig. Ich ziehe gleich eine. Spritkosten gehen auf mich. Ja, ja, genau. Ja, okay. Dann fahren wir auch gleich los. Perfekt! Ja? Sehr gut. Schaffst du das denn? Ja, natürlich. Ist jetzt kein Romantik-Wochenende, aber so sehen wir uns. Mindestens noch ein bisschen. Mhm. Ja, gut? Sehr gut. Mhm. Irgendwie finde ich die Schichtpläne doof. Wir verbringen so wenig Zeit miteinander. Schatz, was soll ich dir sagen? Ich habe dadurch jetzt schon gemanaget, dass wir hier beiden einen schönen Ettewehr abbraten. Ja. Aber wir können uns ja einfach vorstellen, dass wir in den Urlaub fahren. Dann macht es richtig Spaß. Schön in den Schwarzwald. Was? In Schwarzwald? Bist du blöd? In Mallorca oder so? Ja, oder auch das. Ich bin auf jeden Fall dabei. Oh, stell dir das vor. Meer und Palm. Was ist das denn jetzt für eine Scheiße? Was sperren die denn hier die Straße? Weil ich bin extra den Stau umfahren auf der Autobahn und jetzt ist hier die Schranken dicht, oder was? Ist doch nicht so schlimm. Dann fahren wir halt noch einen Umweg, ja? Ne. Wie nicht? Ich fahre jetzt nicht noch einen Umweg. Was? Ich fahre jetzt nicht noch einen Umweg. Du willst jetzt nicht hier durch die Braustelle fahren. Ja, siehst du doch. Schatz, da war ein Schild fehlende Fahrbahnmarkierung. Ja und? Ich fahre jetzt nicht noch einen Umweg. Links, rechts, die Straße gerade aus. Das ist kein Problem. Jetzt entspann sich erstmal. Das ist ein Kraschkopf. Das ist ein Saturday, der in München gibt. Hier ist ein Kraschkopf. Hatte! Hier ist ein Kraschkopf. Die Milchkopf. Das ist ein Kraschkopf. Ich glaube, es ist ein Kraschkopf. Ich bin echt auf wo die Kamera auf. In München? Ich bin echt auf die Reihe nicht auf die Reihe. Ich bin echt auf die Reihe. Schatz? 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 Mau die Augen auf! Komm nicht an! Geht es dir gut? Was ist los? Tut ihm was weh? Was ist passiert? Er hat einen Unfall. Ich bin in die schalte Baustelle gefahren. Komm nicht raus! Beruhig dich! Hast du dir was getan? Tut dir was weh? Meine Beine! Es ist eingekleppt! Ich habe Angst! Alles gut, hör mir zu! Hör mir zu! Kriegst du die Beine da raus? Nein! Ich zieh mal! Nein! Ich geh nicht raus! Komm hier raus! Irgendwo muss dein Handy liegen! Guck mal, das muss da hingefallen sein! Guck mal! Guck mal! Guck mal da unten irgendwo! Hast du es? Hast du es gefunden? Ja! 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 So eine Scheiße! Fuck! Fuck! Okay, okay, okay! Mir fällt das ein! Wir kommen hier raus, ja? Guck mich an! Wir kommen hier raus, okay? Jetzt verspreche ich dir, ja? Mir fällt natürlich auch keine Sau her, ey! Warte, 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 warte! Warte, 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 warte! Oh, der klemmt der Scheißgurt! Ich hab ne Idee, ich hab ne Idee! Gott, schade! Ich schneid den Scheißgurt einfach durch! Okay? Ich krieg uns hier raus, okay? Okay? Weißt du mich? Ja? Mann, ey! Das geht nicht so ne Scheiße! Du musst dann irgendwas anderes im Auto haben! Alles wird gut, Schatz, ja? Ich krieg uns hier raus! Ja! Ich hab ein Gutmesser gefunden! Ich hab ein Gutmesser gefunden, Schatz! Ich hab ein Gutmesser, ja? Warte, das geht gleich! Ich krieg uns raus hier! Ich krieg uns raus hier! Okay? Ich hab's gleich, ich hab's gleich! Ich hab's gleich! Ich hab's gleich, ich hab's gleich, ja? Ich bin frei! Es hat geklappt, Schatz! Ah! Okay! Okay, ganz ruhig, ja? Ah! 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 Das ist eins auf! Christa, ist auf? Nein! Warte, ich helfe dir! Ich helfe dir! Bewege dich nicht! Bewege dich nicht, ja? Meine Beine! Ja! Meine Beine werden taug! Ich beeil mich! Ich beeil mich! Meine Beine kribbeln! Ich hab kein Gefühl! Ja, warte, Schatz! Warte! Wo ist der Schatz? Wo ist das? Wo ist das? Warte, ich hab's ja! Geht das auf? Ja, ja, ja! Es geht auf! Es geht auf! Es geht auf! Weiter! 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 Das klemmt! Das klemmt! Das klemmt! Das klemmt, Schatz! Das klemmt! Das klemmt! Das klemmt! Warte, ich komm! Warte, warte! Ah! 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 Hey, Schatz, Schatz. Ah! Ich verliere das Gefühl in meinem Bein. Warte, Schatz, warte, warte, warte. Hey, guck mich an, guck mich an, warte. Hilfe! Hier ist jemand, hier ist jemand. Ich muss Hilfe holen. Ich schaff das nicht alleine. Lass mich nicht alleine. Schatz, ich kann das Auto nicht umschmeißen. Ich weiß nicht, was mit deinem Rücken ist, was mit deinem Bein ist. Geh nicht weg, lass mich nicht alleine. Ich muss jemanden holen, ich schaff das nicht. Hey, 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 komm mich an. Ich verspreche, ich komme so schnell wieder, wie ich kann. Okay? Glaubst du mir das? Ja? Ich muss jetzt Hilfe holen. Ich beeil mich, ich komme so schnell wieder. Hey, ich komme wieder. Okay? Ich beeil mich. Okay? Beeil dich, bitte. Tsk, 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 tsk. Ah. Oh mein Gott. Stopp, 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 stopp. Ich hatte ein Auto und fahre mit meiner Frau. Okay. Ich brauche mal ihr Handy. Ich brauche mal ihr Handy. Sorry, ich habe mein Handy, glaube ich, gar nicht bei. Ich habe mein Handy nicht bei. Ich wohne hier in der Nähe irgendwo. Wirklich, ich brauche wirklich, ich habe sich nicht eingeklemmt. Okay, ich wohne nicht, wo ist es hier? Auf der Landstraße, wo diese Baustelle ist. Okay, ich jogge schnell nach Hause, dann rufe ich schnell Feuer. An der Baustelle, an dieser Landstraße. Ich brauche die Feuerwehr für den Rettungsdienst. Bleibt die denn? Da muss doch kein Marathon mehr bis nach Hause laufen. Warte mal, der muss doch auch irgendwo... Ach, der hatte doch auch ein Messer hier dran. Dann muss er doch auch eine Lampe haben. Gitti. Ja, geht. Schatz? Hey, hey. Meine Beine nicht mehr, du spürst. Was? Ich spüre meine Beine nicht mehr. Wann kommen die denn endlich? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo die bleiben. Ich kenne nicht mehr. Schatz, es nutze ich dich. Ich muss nochmal los, um Hilfe zu kommen. Nein, nein, bitte. Bitte, bleib bei mir. Bitte, geh die Nummer weg. Bitte. Ich habe Angst, dass ich das hier nicht überlebe. Und dann bin ich komplett allein. Bleib bei mir. Nein, nein, das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren. Ich hatte nur so viel Zeit mit dir. Und jetzt... Ich weiß nicht, wo ich diese Scheiße überlebe. Natürlich überlebst du das. Warum passiert uns immer so eine Scheiße? Ich spüre, ich habe gedacht, dass wir noch so viel Zeit haben. Wenn ich das überlebe, dann... Ich werde so unter Brunsel mein Leben komplett umkrempeln. Ich werde nur noch das machen, was mich glücklich macht. Das machen wir. Wenn wir dich hier rausgekriegt haben, dann überdenken wir unser ganzes Leben nochmal neu. Okay? Aber um das zu schaffen, brauchen wir jetzt die Feuerwehr, dass sie dich hier rausschneidet. Alleine schaffe ich das nicht. Deswegen muss ich nochmal los, um Hilfe zu holen. Ja? Und ich verspreche dir, ich komme wieder. Ja? Guck mich an, hey. Das verspreche ich dir. Okay, aber ich... Vielleicht hat die Joggerin eine falsche Straße genannt oder so. Ja? Wir kommen ja alleine nicht weiter. Okay? Das verspreche ich dir. Komm zurück. Ich beeil mich, okay? Ich beeil mich. Was ist das denn? Scheiße, ich hol dich da raus! Ich hol dich da raus! Ganz ruhig bleiben! Du bremsst! Es... Ich... Ich hol mich hier raus! Scheiße, mach die Augen zu! Was? Mach die Augen zu, ich hol dich da raus! Tja! 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 Ich hab's gleich! Hier, hier! Komm, mach still, mach still! Tja! 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 Mach beim Auto, nicht bewegen, erst mal rein, jetzt wird alles wieder gut. Ich kann meine Beine nicht spüren.